Habe seinen Namen in den Journalisten. Er und einige seiner feinsten Reifelclub-Frienden haben den alten Mansion in Shady Bell übergebracht. Viele Gäste, viele Weapons. Nichts, aber das beste für ein junger Bub. Also, warum geht's da? Auf geht's. Dirty Job. So. Den holen wir lebend, oder? Genau. Der wohnt da in dieser Villa und hat ein paar Freunde. Aha. Okay. Sollen wir Sneaky? Sneaky ist immer bei mir so 5 Minuten maximal, danach wird's ja meistens Chaos, oder? Kannst du auch versuchen, wenn du willst. Was hast du hier gemacht? Oh, okay. Er hat mich schon gesehen. Ich hab ihn erwischt. Okay, gut. Kannst du Gift-Subs und Bits auf alle Zeiten? Ah, ähm. Du meinst in meine, ähm... Danke für deine Input. Okay. Das sind aber verdammt viele. Ja, aber... Ähm. Is now a weekly? Ach so. Ah, I didn't know that. Genau. Hinten ist auch noch irgendwie ein gefangenes Tier. Ähm. Aber... Ja, es sind halt nicht wenige. Ich lauf mal außen rum. Mal schauen, wie weit ich komme. Ob ich zum Tier komme. Oh, ich glaub, die haben mich entdeckt. Oh, schade. Ich war gerade super Sneaker unterwegs. Ja, es tut mir leid. Alles gut, alles gut, alles gut. War nicht mein Plan. Oh, wow. Okay. Tut mir leid, ich bin schon bereits da. Alles gut. Ich hätte vielleicht gleich mal healen sollen. Okay. Ey, das waren jetzt fünf Kugeln, was der Typ gepresst hat. Ah, das leute ich eigentlich nicht. Oh, nee, 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 nee. Okay, alles gut. Ähm. Okay, Leaderboard all time. Ähm. Thanks, ähm, for your luck and good, good cooking. Wer ist denn hier gefangen? Wer ist das denn? Alles gut, er ist gut. Alles gut, er ist gut. Alles gut. Aber. Ähm. Vielleicht kämpft er ja zu uns. Oh, was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht. Ach, der rennt nur weg. So. Come on. Das gibt's doch nicht. Okay. Okay. Ach, rennt er weg, oder wie? Ach, der rennt schon? Nee, der ist noch im Haus. Nee, 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 der ist noch im Haus. Panik. Alles gut, alles gut, alles gut. Gibt's auch zwei Minigams. Minigams und Minigams. Oh, ja. Minigams und Minigams. Genau. Also eine ist vor, eine ist hinterm Haus. Aha. Ich bin bei der Hintermarsch, offensichtlich. Wow. Aber... 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 hat er mich einfach geschlagen der typ ist der typ ist genau hier aber ich musste ihn leider ich habe auch auf ihn geschossen alles gut ich habe auch auf den geschossen weil ich dachte er schießt können wir in ruhe looten leider ja alles gut ach da vorne ist noch jemand ja oben auf dem balkon wir sind haben wir meistens hier runter der wollte auch nicht sterben gerade ich weiß ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher ob sich das looten hier noch bloß lohnt naja du kannst immer irgendwas sammeln gegenstand also finden stirbt er nicht ach mein pferd liegt was vor ort war kann ich das aufheben ja passen pferdewecker und es ist nach der mission auch wieder da ich habe eine fährte versichert verbraucht sondern kann nur der besitzer das machen ja scheint so weiter ich habe nämlich welche die leiche schon mal an mich nach den hut würde ich jetzt gerne von neben von ihm ehrlich gesagt aber der ist fest an jedoch nicht gut ist ja verwurzelt ja der ist jetzt einfach verschwunden der hut der liegt aber auch nicht so großen mann fertig also da wir jetzt auch noch mal eins für den fall der fälle noch ein pferd ach so warum ist jetzt nicht auf meinen pferd geblieben ich habe noch abgelegt dachte ich glaube unter umständen müssen wir es auf eins von unseren ach dein pferd ist gespawnt genau ich habe es wieder belegt ich hatte ja gut dann brauchen wir das ja auch nicht mehr das loch hat er schon als wir ihn gefunden haben sagen wir einfach die löcher sind beschleunigungs löcher sagen sind der neueste trend aus paris so einen weißen anzug trägt man normalerweise nicht ohne löcher so noch einmal gestorben ja auf stufe 5 ist es ja so dass man nicht einmal sterben darf und die gegner werden nicht auf der karte angezeigt und eben hilfe geht auch nicht das war dann für mich grund dass ich jetzt auf tastatur und maus umsteigert habe ich dachte okay wenn ich mit kosti ab und zu spiele muss ich das können ja ich bin eigentlich auch schon die ganze zeit am überlegen weil so viel bringt die eben hilfe überhaupt nicht das ist bloß du musst dann immer noch ein bisschen nach oben zielen damit immer den kopf trifft ja entweder kopftreffen oder hat eben munition aufbrauchen immer so eine sache aber gehen ein bisschen schon recht entspannt normal fast schon so irgendwas goldmäßiges bekommen das ist 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 das